wie schön hans siegel und helene fischer offiziell bestätigt ja es ist wirklich wahr hans siegel verrät die wahrheit über sich und helene fischer das macht die fans sprachlos der bergdoktor star und helene fischer 38 im ersten moment würde man gar nicht vermuten dass die beiden eine besondere verbindung haben aber doch hans siegel 54 hat der sängerin großes zu verdanken sie ist quasi sein engel der ruhe weshalb hans siegel und helene fischer am ammersee daheim sowohl hans siegel als auch helene fischer leben am ammersee und eigentlich wäre es ja naheliegend dass gerade vom haus des bergdoktors viele autogrammjäger oder auch touristen vorbeispazieren und einen blick auf den tv liebling und sein zuhause erhaschen wollen aber nein das gibt's hier nicht verrät er jetzt und zwar aus einem ganz besonderen grund die schaulustigen pilgern viel lieber zu helene fischer es gibt ja noch kollegen die viel mehr aufmerksamkeit ziehen hier am ammersee so hans siegel und die lenken von ihm ab ja ja da wird man ja atemlos wenn man darüber nachdenkt dass hier berühmte menschen wohnen spielt er auf helene an dank der sängerin kann der schauspieler am ammersee also ein beschauliches leben in himmlischer ruhe führen es geht doch nichts über eine gute nachbarschaft